So, jetzt sind wir mal zum kurzen Video, ähm, kurzes Ankündigungsvideo, ja, Ankündigungsvideo, richtig, ähm, folgendes, ähm, wir machen derzeit, ja, fast jeden Tag, ähm, Livestreams, und die nächste Zeit werden jetzt, äh, Oxmas Live wahrscheinlich kommen, und selbst, ja, der zweite Teil davon, und vielleicht noch andere Spiele, und, ja, das ist ein kurzes Ankündigungsvideo, zum Beispiel auch für elsewhere PvP-Kämpfe, Ja, das ist mir egal, ähm, die ich darauf hingewiesen wurde, ich soll das mal ankündigen, da hätte ich dann mehr Leute, die dann mitspielen wollten, und das ist diesen Grund, ein kurzes Ankündigungsvideo, es wird, Mittwoch, ähm, PvP-Kampf geben wahrscheinlich, also ich werde da vielleicht nochmal ein kurzes Video dazu posten, und, ähm, ja, gegen Abend, und, ähm, morgen, also, es wird heute noch hochgeladen, das ist morgen, passiert, ähm, wird's wahrscheinlich, wenn's nicht anders ändern wird, ähm, ähm, Sonic Battle, äh, Quatsch, Sonic Adventure Battle 2 geben, bei Cedric, ähm, den Link packe ich in die Videobeschreibung, und, jo, das war's mit dem, alles live, ja, und das war's, und das war's mit dem kurzen Infovideo, muss nicht verpassen.